Okay, fangen wir mal an mit dem ersten Merkspruch nach Osten, Mustise, Ente. Die deutsche Rechtschreibung wurde mit diesem Satz offiziell begraben, aber darum geht es hier gar nicht. Ihr seht, ich habe ein paar Buchstaben orange hervorgehoben und die sagen uns, wenn ich die jetzt mal hier aufliste, OST, Mustis, Ent, nämlich die Personallendung im Präsenzaktiv. Vielleicht sind die euch ja auch schon bekannt. Die braucht man nicht nur für den Präsenz, sondern auch für ganz viele andere Zeiten und ist ein wichtiger Baustein. Wenn wir jetzt nämlich noch einen anderen Baustein, nämlich den Präsenzstamm beispielsweise von Monere dazu tun, haben wir sozusagen schon das Präsenzaktiv, also Moner, Moner ist Monit und so weiter. Und wenn wir jetzt noch beispielsweise von Futur 1 da Tempus-Kennzeichen hinzufügen, dann haben wir auch schon das Futur 1 dementsprechend. Das heißt, ein ganz wichtiger Baustein für die Bildung von anderen Tempora auch. Manchmal kann es sein, dass dieses O am Anfang auch ein M ist, also da noch aufgepasst. Ansonsten ist es ein super Satz, um sich eben diese Personallendung zu merken. Ein zweiter Merkspruch, eigentlich ziemlich selbsterklärend, nämlich a und ab, dx und e, cum und sine pro und prä stehen mit dem Ablativ. Also der Satz sagt uns, dass diese Präpositionen immer mit dem Ablativ stehen. Schauen wir uns das mal mit einem kurzen Beispiel an. Also hier, cum amica curere. Amica könnte ja doppeldeutig sein, nur von der Form her. Es könnte ja Nominativ Singular sein oder Ablativ Singular. Da wir aber ein cum davor haben, also die Präposition, die immer mit Ablativ steht, wissen wir, aha, das ist ein Ablativ. Aber, noch dazu gesagt, cum könnte theoretisch auch noch eine Subjunktion sein, das müssen wir vorher noch überprüfen. Bei den anderen, zum Beispiel ex urbote de virtute, weiß man eigentlich durch das e am Ende, dass es ein Ablativ ist. Aber auch unten bei auxilio, also sine auxilio pugnare, ohne Hilfe, ohne Unterstützung kämpfen, sehen wir durch das sine, durch die Präposition, hier muss es sich um ein Ablativ handeln. Gut zu wissen für den Übersetzungsalltag. So, der dritte Merkspruch erklärt uns die leicht zu verwechselnden Wörter os, also mit langen o, und os, mit kurzem o. Also os, ores, ist der Mund, und os, os, ist, ist der Hund. Das heißt, das eine heißt halt Mund, also os, und os heißt Knochen. Und im Nominativ und Akkusativ Singular sind diese beiden Wörter ziemlich zu verwechseln, denn im Übersetzungstext sieht man ja jetzt nicht, ob da irgendwie ein langes oder ein kurzes o ist. Aber in den restlichen Formen kann man das eigentlich ganz gut erkennen. Ihr seht, die beiden werden danach komplett anders gebildet, was ja auch auffällig ist. Genetiv plural von os ist osium, also mit ium. Also, der Merkspruch dient dazu, diese beiden Wörter sie erstens zu merken und zweitens auch zu unterscheiden. So, jetzt kommt der vierte Merkspruch. Vielleicht etwas für die Fortgestrittenen unter euch, nämlich nach si, nisi, neonum, quo, quanto, ubi, cum, fällt das kleine Ali um. Es soll uns heißen, dass nach diesen Konjunktionen das Ali für das Indefinit-Pronom, also aliquid, aliquid, aliquid und so weiter, entfallen kann. Ich zeige euch das mal am Beispiel, dann sieht man das auch deutlicher. Beispiel in diesem Satz hier. Eigentlich hieße es si, aliquem, vides, clama. Also, wenn du irgendjemanden siehst, schreie oder ruf. Aber, da wir hier in diesem Nebensatz ein si haben, muss das Ali hier wegfallen oder umfallen. Und dann steht eigentlich nur si, quem, vides, clama. Das ist dann gut zu wissen, denn manchmal sieht man nur diese Form und denkt, quem, hä, ist das jetzt ein Relativpronom oder was ist das hier für eine Form? Aber man weiß, okay, bei si fehlt das Ali, okay. Dann wissen wir, es ist sozusagen eigentlich ein Indefinit-Pronom. Verdeutlichen wir das Ganze nochmal an einem etwas längeren Satz. Nämlich, wie die an Konsulis, ne aliquid res publica detrimenti capiat. Hier seht ihr, dass im Nebensatz wieder das Ali weggestrichen wird. Also, dann heißt es dann übersetzt, also, die Konsulen sollen sehen oder sollen zusehen, sollen Sorge tragen, dass der Staat nicht, jetzt kommt Aliquid, irgendetwas des Schadens nimmt. Also, ganz wörtlich. Aber auch hier wird wieder das Ali gestrichen. Dann würde es nur heißen, dass, Komma, ne, quid res publica detrimenti capiat. Einfach nur, dass ihr wisst, okay, nicht wundern, bei Ne oder bei diesen Sinis in Neonumquo, Quanto Ubicum fällt einfach dieses kleine Ali um. Okay, kommen wir zum letzten Merkspruch, zum fünften Indi, Semmel bis der Quater. Semmel heißt Brötchen für diejenigen, vielleicht weiß es ja jemand nicht. Und daraus können wir die ersten vier Multiplikativer im Lateinischen herleiten. Gott, was sind Multiplikativer. Nämlich heißt es Semmel bis der Quater, also einmal, zweimal, dreimal, viermal, die in diesem deutschen Satz sozusagen verborgen sind. Mal sehen, ob ihr das überhaupt jemals brauchen werdet, aber ich denke, mit diesem Satz kann man euch das ganz gut merken. So, und wenn wir schon bei Merksprüchen und Tipps sind, dann schaut euch auch mal auch dieses Video an. Hier erkläre ich nämlich mit einem anderen Kniff, wie ihr euch einiges an Lernen sparen könnt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.